Trotz ihres jungen Alters haben die Zwillinge von Sarafina Wollny schon so einiges durchgemacht. Und die Hiobsbotschaften reißen nicht ab. Nun entdeckte ein Arzt bei Casey eine weitere Auffälligkeit. Seine Mutter ist fix und fertig. Am 18. Mai 2021 kamen Sarafina und Peter Wollnys Zwillinge Emory und Casey per Notkaiserschnitt auf die Welt, zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin. In den ersten Wochen mussten die Eltern sogar um das Leben ihrer Kinder bangen. Zu später Stunde meldete sich die 28-Jährige am Mittwochabend noch via Instagram bei ihren rund 604.000 Fans, um ihnen ein Update zu den aktuellen Geschehnissen rund um ihre eigene kleine Familie zu geben. Sarafinas Fazit, das war ein Katastrophentag. Anschließend berichtete die Tochter von Sylvia Wollny ihrer Community von dem jüngsten Kinderarztbesuch ihrer Jungs. Bei der Untersuchung war eigentlich alles in Ordnung. Wir müssen nur mit Casey nochmal zum Augenarzt, erklärte der TV-Star. Der Grund, eine Auffälligkeit am Auge des Kleinen. Nachdem sie dies in ihrer Story offenbart hatte, brach es plötzlich aus Sarafina heraus. Mutmaßlich fühlte sich die Blondine in diesem Moment an den bisherigen Leidensweg ihrer einstigen Bauchzwerke zurückerinnert. Ihr Ehemann Peter habe ihr zwar schon mehrfach versucht zu erklären, was es mit der Anomalie auf sich hat, doch es wolle einfach nicht in ihren Kopf. Stattdessen stellte sie sich verzweifelt die Frage, was kommt noch? Warum dürfen die beiden nicht einfach nur Kinder sein? Casey und Emory hätten doch nun schon wirklich genug erlebt. Im weiteren Verlauf der Story schlug die Verzweiflung in der Stimme der Teilzeit aus Wannerin plötzlich in Wut um. Vor allem die sechs Monate Wartezeit auf einen Termin im örtlichen Augenzentrum brachten die 28-Jährige auf die Palme. Man möchte doch direkt wissen, was mit seinem Kind ist, ärgerte sie sich. Bereits über 35 Mal habe sie schon in der Klinik angerufen. Jedes Mal sei entweder besetzt gewesen oder jemand haben nach dem Abnehmen direkt wieder aufgelegt. Für den Fall, dass es ihr nicht gelingen sollte, telefonisch einen Termin zu vereinbaren, drohte Sarafina bereits mit drastischeren Maßnahmen, ansonsten werde ich da persönlich hinfahren. Wer dem, der an diesem Tag gerade Dienst schiebt in der Klinik. Zum Abschluss ihrer Brandrede versuchte sich die Löwenmama aber in Optimismus, wir bleiben positiv. Es ist ja nur eine Auffälligkeit. Da wird nichts sein und am Ende ist alles in Ordnung. Es ist dem kleinen Casey nur zu wünschen.